St. Lorenz de la Muga ist eine Gemeinde in der autonomen Region Katalonien gelegen am Fuße der spanischen Pyrenäen im Teil des Rio Muga in der Provinz Girona, umgeben von Kiefern, Kastanien, Korkaichenwäldern und landwirtschaftlichen Nutzflächen. Lage St. Lorenz de la Muga liegt 18 km westlich von Figueres, 65 km nördlich von der Provinzhauptstadt Girona und 25 km südwestlich von La Joncara. Geschichte Im 10. Jahrhundert dokumentiert eine Aufzeichnung den Namen des Ortes als Santi Lorenzi de Sambuca und verweist auf eine römische Siedlung. 1311 gewährte König Jakob II. St. Lorenz de la Muga die Magd und Stadtrechte. Im 14. Jahrhundert wurde aus der Siedlung eine befestigte Stadt mit einer mittelalterlichen Struktur. Die Stadtmauern, die den Stadtkern umgeben, haben einen nahezu dreieckigen Grundriss mit vier Türmen und drei Stadttoren. Unter der Herrschaft von Karl III. entstanden in der Gemeinde im 18. Jahrhundert mehrere Waffenschmieden zur Herstellung von Munition. Wie zum Beispiel Landminen aus Eisen und Blei der berühmtesten Schmiede Faga Real San Sebastian. Im Mai des Jahres 1794 zerstörten die Truppen des französischen Generals Charles Pierre-François Augero in der Schlacht von San Lorenzo de la Muga. Einen wesentlichen Teil der Fabriken und der mittelalterlichen Ortsstruktur. Einwohnerentwicklung Die Gemeinde besteht aus drei Ortsteilen, Ribaradadamund, Ribaradadaval und dem Verwaltungssitz St. Lorenz de la Muga. Aufgrund der topografischen Lage florierte im 18. Jahrhundert die Landwirtschaft, die Viehzucht und die Holzwirtschaft. Neben den Tuchmachern trug auch der Erzbergbau und ein Munitionswerk zur wirtschaftlichen Blüte bei. Mitte des 19. Jahrhunderts lebten über 1100 Einwohner in der Stadt. Bedingt durch Niedergang der Landwirtschaft, die industrielle Holzwirtschaft und der zunehmenden Etzimporte führten später zur Landflucht. So dass am 1. Januar 2015 in San Lorenz de la Muga nur noch 255 Einwohner lebten. San Lorenz de la Muga ist heute ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge von der Costa Brava. Sehenswürdigkeiten Esklesia de San Lorenz Kirche im romanischen Stil Emita de Sant'Antoni 1835 erbaut auf einem ehemaligen Oratorium für die Jungfrau von Montserrat. Castel de Sant'Lorenz El Pontvel eine Brücke mit drei Rundbögen aus dem 10. Jahrhundert El Pontvel eine Brücke mit drei Rundbögen aus dem 10. Jahrhundert Herr